Hallo und willkommen zurück zu Let's Code Octo Awesome. Heute mal mit einer klitzekleinen Veränderung, was das Timing angeht. Es ist nämlich noch hell draußen und was den Zeitpunkt meiner Aufnahme an sich angeht. Ich habe nämlich ein kleines bisschen ein technisches Problem mit meiner Internetverbindung. Im Moment, der ein oder andere hat es sicher schon mitgekriegt, bin ich verbunden mit einer wundervollen, wie heißt das so schön, Hybridlösung, nämlich die DSL plus LTE Verbindung, die die Telekom hier anbietet. Das hat bislang auch ganz gut funktioniert. Nur wer sich mit der Thematik LTE so ein bisschen auseinandersetzt, der weiß, Bandbreite ist zwar saumäßig schnell, allerdings ist die Verbindung relativ unzuverlässig. Das heißt, ich hatte sowieso immer mal wieder die berühmten Dropped Frames, also Aussetzer im Stream und naja, seit neuestem habe ich offensichtlich auch einen neuen Nachbarn, der im Prinzip auch von der Möglichkeit von LTE profitiert und ganz offensichtlich zur selben Zeit, keine Ahnung, seine Serien streamt, während ich versuche, den Stream abzulohnen, weshalb die letzten Streams einfach ein Desaster waren, was die Bandbreite, was die Zuverlässigkeit und alles Mögliche angeht. Und naja, das heißt, bis auf Weiteres werde ich wohl leider nicht live streamen können, weil einfach meine Internetverbindung die Sache nicht hergibt. Und die Sache halt auch sehr frustrierend ist für Leute, die dir versuchen, dem Stream zu folgen. Dazu kommen so ein paar technische Schwierigkeiten, die auf meiner Seite dazukommen, wenn die Verbindung nicht stabil genug ist. Da habe ich dann OBS plötzlich am Limit der CPU-Leistung, einfach weil, ich weiß auch nicht, das System wohl offensichtlich versucht, die Sache zu kompensieren und fehlende Frames nachzuschieben. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Auf jeden Fall führt das dazu, dass ein Livestream sowohl bei Client-Seite, das heißt bei dir daheim, als auch bei mir zu größeren Problemen führt und ich deshalb vorerst die ganze Sache aussetzen werde. Es ist eine Lösung in Sicht. Die Telekom ist schon mit einem kleinen Bagger hier am Start und versuche, die Straße aufzureißen, wo es nur geht und eine neue Verbindung hier reinzulegen. Das wird aber noch ein, zwei Monate dauern. Das heißt, in der Zeit werde ich leider keine Livestreams machen. Was heißt leider? Also zu all unserer Begeisterung und zu all unserer Freude, weil wir das eigentlich nicht erleben wollen und ich mache die ganze Sache aber weiterhin offline und offscreen. Nee, offscreen bin ich nicht. Ich bin noch da, hier unten in der Ecke. Aber auf jeden Fall nicht live. Das macht die Sache wieder ein bisschen oldschool, weil wir haben ja im Prinzip die erste Hälfte von Octo Awesome genauso angefangen und wir werden es schaffen, da bin ich sicher. Also das heißt, ich werde einfach konsequent weiterarbeiten am Projekt. Wir haben ja beim letzten Stream, das heißt die letzten Folgen, ein paar Sachen umgesetzt, die von Lassi und von Julian dazugekommen sind. Das heißt, wir haben das eigentliche Thema kurz ausgesetzt. Wir waren ja stehen geblieben bei den NPCs, also bei den eigenständig entscheidenden Entitäten. Das ist jetzt vier Wochen her, also schon eine ganze Weile, sodass ich jetzt mich ein bisschen reinfuchsen muss wieder in das Thema. Wir beide müssen das sehr wahrscheinlich, deshalb gucken wir uns ganz kurz an, wo wir stehen geblieben sind. Wir hatten ja im Prinzip einen zentralen Entity Cache, das ist das gute Stück hier, das ja die Aufgabe hatte, die ganze Entitätenberechnung im Hintergrund durchzuführen. Das hat, glaube ich, mit dem Subscribe und Unsubscribe schon ganz gut geklappt. Nur kam von Ralf schon vor Wochen ein Hinweis, dass ich hier beim Subscribe ein bisschen was falsch gemacht habe, nämlich, ihr erinnert euch sicher, wir hatten einen Unterschied gemacht zwischen dem Soft Reference. Das war im Prinzip, wenn eine Entität, eine persistente Entität subscribt, dann subscribt sie quasi in einem bestimmten Radius um sie herum neue Chunks und diese Chunks sollen berechnet werden. Aber jetzt ist es so, dass wir für die Übergangsbereiche vorne, also außenrum, ja, Soft References brauchen. Das bedeutet, um die eigentlichen Entitäten herum gibt es die harte Referenz, das sind alle Entitäten, beziehungsweise alle Chunks, die weiterhin berechnet werden sollen und dann gibt es die Soft References, das sind quasi so eine Übergangsgrenze, das ist dann ein Chunk weiter, wo die Entitäten nicht mehr berechnet werden, sondern nur noch existent sind, damit wir, wenn sich Entitäten aus dem Bereich rausbewegen, trotzdem noch den Chunk geladen haben. Dort wird die Entität aber nicht weiter berechnet, sondern dort existiert sie einfach nur und sobald der Spieler sich aus dem Bereich rausbewegt, wird die Sache einfach im gefreezten Modus weg persistiert. So, und die Unterscheidung zwischen Soft und Hard wird über diesen Activation Range definiert. Wir hatten den Soft Bereich so definiert, dass wir einen zusätzlichen Soft Border hinzuaddieren, das ist im Prinzip dieser eine Chunk um die Grenzen rum und alles, was innerhalb des Activation Ranges liegt, soll auch eine harte Referenz bekommen. Und harte Referenz bedeutet, das Ding soll simuliert werden. Und hier hatte ich einen kleinen Fehler drin, hier hatte ich nämlich den Grenzbereich mit einem Oder verknüpft und die Bedingung ist aber eine andere. Die Bedingung muss nämlich sein, dass die x-Koordinate größer ist als der negative Activation Range und außerdem kleiner als der positive Activation Range und das Ganze auch noch auf der y-Achse. Das heißt, das hier ist mal so ein kleiner Bugfix, der die Hard Reference korrigieren soll. Das war bisher kein Problem, dadurch, dass wir uns nicht groß bewegt haben und unser Fokus sowieso im Moment eher darauf liegt, dass die Sachen auch wirklich referenziert werden. Aber für die Zukunft ist das natürlich wichtig. Und dieselbe Prüfung haben wir nochmal. Das heißt, ab jetzt haben wir auch die richtige Definition von Soft und Hard Range Reference und damit sind wir auf der sicheren Seite. Gut, aber ansonsten, wie ging es weiter? Wir hatten in unserem Entity Cache nämlich so ein paar Subscriber-Sachen. Das waren diese References. Die funktionieren in der Zwischenzeit ganz gut, glaube ich. Aber wir hatten hier auch die Liste der Entities. Die ist im Moment noch relativ plump. Wenn ich mich recht erinnere, brauchen wir diese Liste hier übrigens gar nicht mehr. Gerade kurz nachschauen, was hier eigentlich drinnen war. Hier waren, ja, ich glaube, das brauchen wir aktuell gar nicht mehr. Gerade kurz gucken, ob das noch in irgendeiner Form verwendet wird. Wird es? Wird es noch, okay. Gerade gucken, ich glaube, wir müssen nämlich eigentlich die hier nehmen. Nicht Entries, sondern Entities. Ach so, das wird eh noch nicht ausgeführt. Gut, ja, ähm, dann ändern wir das gleich mal noch, dass das richtig funktioniert. Ich glaube nämlich, wir haben das nämlich bisher noch gar nicht. Ach so, der Update wird nicht von draußen aufgerufen. Okay, Update ist hier also gar nicht relevant. Der Teil fliegt raus. Und dann sind wir so weit, wie wir vorher schon waren und können an der Stelle weitermachen. Also das fliegt mal alles raus. Das fliegt auch raus. Dann kann diese ganze X-Komponente mal raus, weil die werden wir noch verändern. Das werden wir anders machen wahrscheinlich. Das war ja diese Nested Class. So. Niemand heult. Ich gucke, ob es noch kompiliert, um sicher zu sein, dass wir alles richtig gemacht haben. Ja, haben wir alles richtig gemacht. So, und jetzt können wir uns mal ein bisschen drum kümmern, wie das mit den Updates funktionieren soll. Weil der Subscribe und Unsubscribe funktioniert. Und ich glaube sogar, das Persistieren und Zurückladen hat auch schon funktioniert. Wenn ich mich recht erinnere. Wir können das mal ganz kurz starten. Das ist alles schon eine Weile her. Deshalb, nein, Play macht keinen Sinn. Wir müssen erstmal eins erstellen. Nennen wir das mal Wauzi-Land. Und der Seed, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal 8. Ganz gemäß dem Octo Awesome Konzept. Und da werden Dinge geladen. Und ich sehe hier ganz viele Wauzis. Aber wir haben das Problem, dass die Wauzis alle auf... Ja, das ist natürlich doof. Die Wauzis werden alle auf Null-Ebene generiert. Deshalb ist das alles ein bisschen doof. Okay, das war eine dumme Idee. Okay, wir sollten das Ganze in einem Chunk oder in einem Bereich machen, wo... Na, komm schon. Die Assistierung läuft. In einem Bereich machen, wo wir das Ganze ein bisschen beobachten können. Ich lösche das hier mal wieder. Das geht jetzt erst noch nicht. Wenn ich es eh lösche, kann ich es auch anhalten. So, mit der Welt können wir nichts anfangen. Wir nehmen eine Welt, die voller Wasser ist. Das war, keine Ahnung, irgend so was, glaube ich. Wauzi-Welt. Das sieht besser aus. Das sieht doch nicht besser aus. Ich hatte gehofft, dass wir hier irgendwo ein See haben. Mal gucken, ob wir hier irgendwas haben. Fly-Mode enabled. Da unten sind Wauzis. Die gucken wir uns an. Und dann sind wir in einem Bereich, wo wir auch arbeiten können. Ah, die Physik. Da müssen wir, glaube ich, auch noch ein bisschen ran. Das habe ich relativ hemmsärmelig gemacht. Nämlich so, dass man immerhin schon mal sich bewegen kann. In der Zwischenzeit hat der Lassi ja auch die Physik ein bisschen gepimpt. Das heißt, das werden wir gleich mal übernehmen. Das würde ich jetzt fast mal versuchen. Das ist so der erste Kram, den ich jetzt machen werde. Also ich werde jetzt versuchen, die Physik aus dem Master-Branch rüber zu merchen, sodass wir dann die neuen Physikmechanismen von Lassi haben, um dann hier drinnen dann weiterzuarbeiten. Weil im Moment ist das ja alles noch ein bisschen chaotisch. Also Kollisionsberechnung und der ganze Kram. Das ist alles noch nicht so, wie ich es gerne haben möchte. Deshalb gucken wir mal, dass wir das jetzt hier reinmerschen können. Ich hoffe, das wird jetzt nicht allzu kompliziert. Erstmal müssen wir das hier einchecken. Da haben wir ein paar kleine Fixes noch gemacht. Kleine Fixes. Was haben wir denn gemacht? Sachen rauskommentiert. Okay, das können wir mal so lassen. Wir synkeln das mal eben kurz. Und können dann anfangen, diesen Merge durchzuführen. So, gleich mal ausprobieren. Wir wollen hier rein, Merge from. Wir wollen das, was im Master ist, hier rüber holen. Gucken, ob das so ohne weiteres klappt. Wir haben Konflikte, das war zu erwarten. Die werden wir einfach mal versuchen aufzubröseln. Ähm, sieht mir jetzt eigentlich nicht nach. Okay. Im Source ist es weg, im Target ist es weg. Weshalb ist nachher so, das ist ein bisschen komisch. Das ist ein bisschen schräg. Das hier ist der, das ist schräg. Okay, also eigentlich sollte es doch umgekehrt sein. Sollte es nicht hier, das ist der Source. Das heißt, das was bei mir, was im Master drinnen ist. Das hier ist das, was im Moment in meinem NPC drinnen ist. Kann mir jemand erklären, warum er versucht jetzt hier den Manager hier so reinzuholen? Das ist ein bisschen irritierend. Na gut. Den brauchen wir nicht, weil der Manager von hier unten auch kommt. Wir haben vor allem den Manager hier gar nicht mehr als Variable. Okay, das wäre das hier. Great Universe Screen. Da hat sich ganz offensichtlich ein bisschen was getan, weil ich glaube der Rave den Input-Manager reingeholt hat. Ich schätze mal, dass das damit zusammenhängt. New Game, Guit, Last Universe. Puh. Puh, ich bin ein bisschen unschlüssig, was da passiert ist. Settings Manager. Ich tippe mal drauf, dass wir das hier nehmen sollten, weil hier das Settings Manager dazukommt. Das ist das, was Rave reingemerged hat. Das macht doch Sinn. Das ist der Master, das ist eh der neuere, also der stabilere Stand. Also nehmen wir mal im Zweifel das hier. Was noch mehr? Nope. Load Screen. Ich vermute, dass wir da auch ein bisschen was. Dann nehme ich konsequenterweise alles aus dem Master. So, hier kommt die eigentliche Veränderung von Lassi, die man aber schlecht. Ja, jetzt haben wir das Problem, dass da natürlich der Actor Host, den wir ja eigentlich gelöscht haben, dass der jetzt editiert wurde. Das heißt, ich hole mir, ich muss leider diese Version holen und dann wieder rausholen und neu löschen. Aber das ist ja kein Problem eigentlich. Dann behalten wir die File und hier beim Resource Manager, Definition Manager, die haben wir eingefügt, das ist richtig so. Hier kommen wieder die, die GUID. Sehr wahrscheinlich brauchen wir die GUID. Und ja, wenn das hier passt, dann, ja, das, naja. Sonst noch irgendwas? Da kommt der Entity Loader, das kommt natürlich da rein. Wunderbar. So, ich glaube, wir haben es. So. Dann hoffe ich, dass wir hier keine größeren Sachen drin haben. Coalition Plane, das ist neu. Local Builder. Was war der Local Builder? Was kann der Local Builder? Ach, das war die Basis-Klasse. Ja, cool. Okay. Wüsste zwar nicht, dass wir die verändert haben. Kaktus ist dazugekommen. Hier ist einiges noch dazugekommen, bevor wir den Branch gemacht haben. Ja gut, aber was sei es drum? Readme hat sich auch verändert. Kurz reinschauen. Typo in Top. Alles klar. Gut. Ich glaube, das passt. Dann zünden wir das mal ganz kurz und sollten jetzt eigentlich hoffentlich einen Stand haben, der funktioniert. Gucken wir nochmal. Das heißt, wir müssten jetzt wieder eine korrigierte Physik haben. First Time. Ach, diese First Time Nummer. Oh, wenn ich nur wüsste, wie wir das gelöst haben. Also, wir haben hier ein Create Universe. Das bedeutet First Time auf jeden Fall. Das war die Lösung, die wir eingeführt haben, um den Player auf die oberste Stelle zu teleportieren. Und hier, wo sind wir hier? Load Screen. Load Game. Sehr wahrscheinlich nicht First Time. So. Gucken. Ob es noch läuft. Out, sie ist Welt. Los geht's. Wir fallen durch die Welt. Das ist schade. Wir schnappen uns mal den Fly Mode. Und fliegen der Sache entgegen. Funktioniert das? Ja. Okay, wir fallen durch die Welt. Das könnte aber so ein bisschen das Ergebnis der gemerchten Physik sein. Ich hoffe, dass ich das jetzt gleich in den Griff kriege. Gucken wir mal, ob wir da jetzt durch. Wir haben hier den Dock noch drin. Was ist das denn? Okay, das hat sich verändert, während gerendert... Okay, das ist der Klassiker. Das hatten wir... Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gefixt hatten. Ich mach das mal so. Das ist immer der Quick Fix, wenn wir da solche Probleme haben. Aber ich will jetzt gerne noch gucken, ob wir mit der Physik irgendwie ein Problem... Nein! Fly me out, please. Gegen die Physik kämpfen. So, wenn wir jetzt einfach so durch die Decke fliegen können, dann ist das ja wahrscheinlich die Physik, die... Hm. Nee, sieht schlecht aus. Ich glaube, wir können hier... Leider nicht durch die Decke. Ich frage jetzt, ob das gut ist oder schlecht. Ich werde einfach mal... Kann ich da irgendwas wegnehmen? Das wäre ziemlich hilfreich. Ich würde da gerne rein. Ja, der Fly-Mode ist so mittel cool jetzt. Hab's gleich, hab's gleich. Wir können uns aber auch händisch einfach nach oben teleportieren. Oh, ist das ein Scheiß. So, festgehakt. Sehr gut. So, jetzt sind wir drin. Aber irgendwie... Jetzt. Ob das so eine gute Idee war mit den... kleineren Blöcken. Jetzt könnte man vorstellen, dass das auf Dauer ein bisschen anstrengend wird, wenn man sich so... durch den Boden happeln muss. Wo ist denn die Oberfläche? Tja, wir sollten doch... Gibt's diesen Teleport... Ah, da. Gibt's den Teleport noch eigentlich? Ah. Wir sind noch lange nicht da, wie ich sehe. Zimmer seitlich irgendwie rein... Wurschteln. Da ist dieser Bug noch, den wir ja eigentlich auch schon kennen. Also, dass die... Sachen am Rand nicht aktualisiert werden, wenn man... da Sachen wegnimmt. Das wissen wir aber schon. So, dann graben wir uns halt waagrecht durch. Könnten bei Gelegenheit dann auch das hier mal zumachen, dass wir nicht versehentlich wieder nach unten fallen. So. So, das hat uns ja gar keine Zeit gekostet. Damit haben wir es ja auch gleich geschafft. Gleich haben wir es, gleich haben wir es. Wo hängen wir denn jetzt? Ah, Mann. Ist das noch weit? Beleuchtung brauchen wir noch. Ah, übrigens hier kleiner Hinweis. Achso, ihr seht das wahrscheinlich ja gar nicht vor dem Game Camp. Am Game Camp, was das nächste Wochenende ist, werden wir zusammen mit Matthäus eine Grafik-Session machen. Das wird super. Aber wie gesagt, wenn ihr das seht, dann ist das schon passiert. Und ich hoffe, dass wir gute Arbeit geleistet haben. Im Idealfall haben wir es auch aufgezeichnet. Das wird so toll. Okay, das ist hier jetzt alles Quatsch. Ich will doch nur an die Oberfläche. Ist das noch weit? Oh, Mann. Bescheuert eigentlich. Und dann können wir die Wauts jetzt anschauen. Warum haben wir das gerade gemacht? Achso, ja, um die... Ach, wisst ihr was? Da machen wir eine neue Welt und alles ist gut. Gut, für mich war nur wichtig, dass wir hier drinnen jetzt in der Runtime den Actor-Host wiederhaben. Zumindest in der Theorie. Achso, die Pfeil ist jetzt einfach da, nur eben nicht mehr in Dings referenziert. Jawohl. Da ist der Actor-Host. Da müssen wir uns jetzt die Physik noch rausmogeln. Da ist jetzt der Gap wieder drin. Dort drinnen ist jetzt nämlich die ganze Berechnung der Kollision. Das ist dieser Block hier. Genau, mit den Collision Plains. Die müssen jetzt hier rein. Collision Plains. Die sind schon hier. Das ist gut. Und wir ersetzen die Physik in unseren Entities. Wir hatten ja alles umgezogen in die Entities. Das ist jetzt der Grund, warum der Merge so blöd läuft. Hier drinnen gibt es nämlich, nicht hier, sondern in der Collidable Entity, gibt es die Physik sehr wahrscheinlich. Genau, das ist der Block hier. Die Collision. Jetzt müssen wir ziemlich genau gucken, dass wir das auch schön machen. Das ist der Actor-Host. Und das ist... So, weil ich glaube nämlich, dass wir den Block hier ziemlich genau kopieren können. Gucken, wie weit das geht. Wie mir ab, hatten wir rausgenommen. Das heißt, der Block hier fliegt eh weg. Das ist die Neuplatzierung des Players. Das ist die Frage, wo das passiert. Und das hier muss ja auch passieren. Achso, das passiert hier unten, wie ich sehe. Der Teil fliegt raus. Ich mache das hier gerade mal, damit wir hier einen ähnlichen Block kriegen. Es gibt keine Schleife bei Lassi. Das heißt, eigentlich fliegt dieser Teil hier raus. Ich hoffe, dass das gleich noch läuft. Und für uns kommt dieser Teil rein. So, ich hoffe, dass das jetzt hier nahtlos funktioniert. Sonst haben wir hier ein kleines Problem. Was natürlich nicht stimmt, sind die Player-Referenzen. Dadurch, dass wir jetzt in der Entität mit drinnen sind, kommen die quasi überall raus. Und mit ein bisschen Glück funktioniert die Physik dann noch. Das wäre ziemlich smart. Ihr macht das händisch. Ich weiß, ich kann Search and Replays machen. Aber das hat sich in der Vergangenheit ja mehrfach als eine super schlechte Idee erwiesen. Deshalb spare ich mir das jetzt hier. So. Und so. So, die Sachen können wir jetzt auch. Frametime haben wir hier nicht. Das ist komisch. Wir brauchen von... Ah, natürlich. Okay, die Collision Plains machen uns jetzt hier Schwierigkeiten, weil wir hier keinen Player haben, sondern eigentlich eine Entity. Also für uns relevant ist eigentlich hier die Collidable Entity. Die sollte in der Methode hier entgegengenommen werden. Ich hoffe, dass das kein größeres Problem ist. Collidable Entity. Gut, macht keinen Unterschied. Ist gut. Yes. Dann sind wir hier fein raus. Und this müsste eigentlich klappen. ToList klappt jetzt nicht, weil uns das Using fehlt. Using System Link. So, dann haben wir das auch. Die Frametime fehlt uns noch. Die holen wir gleich irgendwo. Local Chunk Cache fehlt uns auch noch. Warum eigentlich? Sollten wir hier nicht einen haben. Ah, der ist jetzt da. Nur heißt der... Wird da anders geschrieben. Der ist jetzt... So. Player Velocity, Player Velocity. So, mit ein bisschen Glück funktioniert das gleich instant. Unground ist davon abhängig. Position ist Position. Die Frametime fehlt hier wieder. Da oben ist noch eine Player. Player, das kann eigentlich weg. Nein, besser nicht. Okay, Frametime fehlt jetzt ein paar Mal. Die Frametime kommt bei uns aber aus dem Time einfach nur. Heißt anders. Time. Hier ist noch ein Player. Time. Und Time. So. Kompiliert noch. So, jetzt bleibt es spannend, ob das auch weiterhin läuft. Die Wauzi-Welt war ungeeignet, haben wir festgestellt. Wauzi. Ich weiß es nicht. Wir müssen ein paar umprobieren, bis wir Wasser finden. Das sieht gut aus. Wauzi sollte ver- Ach nee, wir haben noch kein Update. Aber für uns sieht es ganz gut aus. Wir scheinen eine solidere Physik zu haben. Das heißt, für uns funktioniert das Ganze jetzt schon. Wir stecken, wir stecken hier fest, ausgerechnet an Wauzi. Ich werde ein kleines Loch buddeln, um zu sehen, ob wirklich alles richtig ist. In den Löchern hat man es immer ganz gut gesehen, wenn man versucht hat, irgendwie an der Seite rauszuklitschen. Okay, das scheint ganz gut zu funktionieren. Was außerdem auch immer ein ganz guter Test war, war so ein Tunnel und hochhüpfen. So, und dann hier drinnen. Okay, das sieht aus, als ob unsere Physik funktionieren würde. Das ist eine gute Sache. Sehr gut. Dann können wir sagen, wir haben jetzt die Sachen rübergeholt von Lassi. Ich werde auch die Datei mal ganz kurz noch löschen, die hier drinnen war. Nicht da, sondern auch nicht. Walsches. Da waren wir bei der Runtime. Die lösche ich nochmal, checken das kurz ein. Und dann können wir im Prinzip morgen weitermachen an der Stelle, wo wir aufgehört haben. Dann sind wir am Bilde. Actor-Host kann weg. Und wir checken ein. Damit, keine Ahnung, welche Folge wir da gerade haben. Das gucke ich nach. Ich mache das in der Pause. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es dann heißt Let's Code Octo Awesome. Bis dahin. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020